Spannende Musik Freunde, als Dankeschön für das erfolgreiche Jahr 2016 verlose ich zum 15. Januar diese Playstation 4 an einen Abonnenten von mir. Ich verlose nicht einfach nur ein Bild, was ich in Google kopiert habe, sondern habe am 28.12. einen Media Markt besucht und eine gekauft. Jeder Abonnent nimmt automatisch daran teil. Viel Glück! Freunde, ich habe hier einige eingefrorene Aqualinos und oben habe ich bereits ein kleines Loch gemacht, damit die Atmen können. Im Inneren scheint es nicht gefroren zu sein. Lasst uns das Wasser rausgeben. Da drin ist kaum noch Wasser. Selbst im gefrorenen Zustand sehen die Klasse aus. Da ist ein XXL Aqualino. Übrigens habe ich mir noch größere bestellt. In einigen Tagen kommt ein Experiment mit denen. Ich habe dann noch ein größeres Loch gehauen, um eine Rakete reinstecken zu können. Die Aqualinos tun mir leid und ich möchte es denen wahr machen. Es geht los. Was? 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 Ich habe jemandem genbelt. aus, als würden diese frieren. Lasst uns mal sehen, ob der Böller die Kugeln aufwärmen kann. Es hat geklappt. Denen ist warm geworden, aber die sind überall verteilt. Ich habe hier jetzt viel zum Aufräumen. Hier habe ich mir einen Galaxy S7 geholt. Und was denkt ihr? Schafft es eine Rakete, das Smartphone hochzuschießen? Freunde, drückt Pause und schreibt eure Meinung, ob wir es schaffen werden oder ob das Smartphone zu schwer ist. Ich denke, es müsste fest genug sein. Ich selber bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass es nicht in Richtung meines Autos fliegen wird. Es ist geflogen. Ich schätze nur drei Meter hoch. Freunde, wenn es euch interessiert, werde ich bei 40.000 Likes ein Smartphone mit drei Raketen und einer eingeschalteten Kamera in die Luft schießen. Die Rakete kann man nicht mehr essen. Und wir sehen uns morgen. Viel Glück bei der PS4 Verlosung. Ciao.